So, hier habe ich von Geek Invader ein wunderschönes, naja, was ist es, es ist glaube ich ein Minikissen, ein Minikissen was so im Minecraft Look ist, Geek Invader, ja hier steht irgendwie eine Kurve schon mal drauf, hier ist dieses wunderschöne Kissen, irgendwie so ein Minecraft Look, hatte ich jetzt in einem Paket mit drin, in einem Restpostenpaket und deswegen mache ich ein kleines extra Unboxing von. Euch mal zu zeigen wie das aussieht, wie so die Größenverhältnisse sind, meine kleine Hand passt da gerade so drauf, also kein großartiges Kissen, ich werde euch das Kissen natürlich wie immer verlinken, wenn ich es finden sollte, wenn nicht, dann halt nicht, so ist das, ihr könnt mir gerne ein Like da lassen oder auch nicht, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ich werde das Kissen erstmal hier hinten hinstellen, bis denn dann, schaui.